er gebrochen hat ja es war immer noch mal ein Beispiel und ist noch verstaucht aber es gibt so viel es gibt so viel womit man einen Knife runter machen kann ja ich find's aber irgendwie nicht lustig ja schon Toll, sadistisch Projekte Knife ist wie so zu... sauber ist ein Bruder aktiviert ich war's nicht ich auch nicht ich hab meins doch auf auf Nichtbrüdern ich auch ja, jeder geht das einmal um zu beweisen okay, jeder auf D, auf 3 1, 2, 3 oh mein Gott, das ist Garen Klopfer, wo ist dein Heal? sag ich dir nicht warte, ich hab meinen Warrior noch ready, soll ich zeigen? hier da ist ein Garen, da ist er da, sagst du? ja, Master, wo ist dein Heal? Glendium ey, das hab ich gerade schon gemacht ich hab nichts mehr also beides top cooldown jetzt oh mein Gott, krieg aufs Maul Alter oh Mensch, kannst du doch aufhören zu... auf Garen was macht denn das so viel Aua? Mann ey, ich hab echt bloß noch Lust mit richtigen Leuten zu spielen die das Spiel doch ernst nehmen ey okay ne, Klopfer nicht er nimmt das Spiel aber nicht ernst an Fyron ist das Spiel ernst auf jeden Fall also in dem Game tue ich das in meinem Late Game leider nicht mehr DAT also ich spiel nicht richtig ab und zu ab und zu spiel ich auch nicht richtig Mordark, du glaubst gar nicht an Fyron sich über dein Schild aufgeregt hat Klopfer hä? ab und zu spiel ich richtig nein, du spielst nie richtig an Fyron ja, tötet's weißt du, ich glaub ich hab ja etwas andere Art LoL zu spielen tötet es, tötet es mit Freiburg weiss Eier legen kack sind wieder meine Sackhörer auf meinem Held oh Gott alter oh, ich will tanzen die tanzen ich hör' es hinter der Toe wenn ich überspringe Alter ist wie groß der kam grad Earth ah ne es war Erfahrung komm tanzt mit mir ums Feuer klar fuck off du 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 dance everybody dance now now ah, knife sterb, 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 sterb sterb, 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 sterb fuck off komm, mach nochmal Feuer So, warte, setzt euch ans Lagerfeuer Das Lagerfeuer Der, der steht Achso, ein Minion zu kippen, nochmal Macht den Minion weg, danke Jetzt harass die doch mal, Alter, nice Lol Lol, ich bin dann einen Wie Dark jeden Fälle bekommt, Alter Leute, ich glaube, falsch willst du meistens, oder? Was? Fuck yeah Hier ist Kassa Aber kennt das Intro von Skyrim wo der eigene Typ Nee, nice Oh fuck 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 Der Cop ist aus dem Korb rausgebugt und jetzt rollt er hier rum Du spielst Skyrim? Ja, beim Intro und jetzt ist der Cop aus dem Korb rausgebugt Grasser Scheiß Erzähl mir mehr davon Ich mag verbuggtes Event Du magst mich? Ja, viele mögen mich Nicht Alter, der Cop ist da nicht mal Let's Stop, let's Stop, let's Stop, hallo, 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 geht's wieder Drabat uns oder... boah, jetzt ist es zuerst Boah, das Bait, ne Triple kill! Und gleich? Das ist kein Quad-Buck-Kill. Das ist ja kein Quad-Buck-Kill. Wuhuuu! Wuhuuu! Okay, dann habe ich eventuell den Pender gestiert. Hä? Eventuell? Hast du auch. Der zweite heute war. Oh Gott! Ja, der zweite heute warst du recht. Haha, ich war's nicht. Jawohl war's, das lügt mich rum. Er ist nicht Level 6. Die hätten das nicht Level 6. Dann klopfen wir euch. Dann klopfen wir uns jetzt. Das ist ja lustig. Was denn? Wenn du sterben würdest. Sterben würdest. Stürben würdest. Oh! Auf Temba! Oh Gott, was denn? Oh! Ich bin zweimal in diesem Stabfall. Ahhhh... Wir sind noch nicht mal Level 6. Ich hab gehört, ich war ein Penderkill mit... äh... Brand. Ne, dafür werde ich nicht. Ne, dafür werde ich sorgen. Ja, ich auch. Oh ja, ist alles. Du hast mir meinen gerade geklaut. Habe ich gar keinen. Wie wäre ich, wenn ich mit Zeo Arnie ein Penderkill mache? Ich glaube, dafür wird jeder sorgen, dass er seinen Penderkill nicht bekommt. Ich weiß, selbst Xubat würde das machen. Was? Loll? Hast du denn jetzt bitte die Dings gekriegt? Weil ich Boss bin, Alter. Chabos wissen, wer der... Fuck! Ja! Chabos wissen, wer der... Fuck! Sein Ehemacht zum Glück kein Damage. Go, go! Gut. Gut, Weiger. Gut. Nein! Loll! Jawoll! Der Team! Der Team! Du schlag vor der Welt! Klopfer, Klopfer, du hast doch 3 Pots, ne? Was? Ich weiß, die haben mich doch alle eingesetzt. Du fickt das! Du hast noch einen Keks! Den hab ich auch noch, den kann ich auch noch einsetzen. Aber ich muss erst warten. Ja, ihr müsst es nicht. Och, die er nicht treffen kann. Loll! Meiner! Loll! Alter! Die Dack jeden Kipper wird sich verarschen! Wer spielt das? Es! Kaum! Guck mal! Alter! Wer? Ach! Elf Null! Halt einer von euch einen Penderkill bekommen! Weiß nun gleich, wenn ihr keine Kills verkriegt, bringen die kein Gold mehr! Ich lass mich ja gar sterben, dann kriegen die wieder Gold! Dann bringen die wieder Gold! Das ist so'n Klappenweil. Gebe euch die Aufgabe jeden Pender zu stehlen, der euch in Betracht kommt! Nein, mach ich nicht. Ich bin nicht so wie du. Du hast doch vorhin erst den Dings in den Panda gesteht, den Dark. Alter, Damage, Damage, Damage. Ich hab einen Kill gemacht, jawoll. Mehr wollte ich nicht. Fuck, ihr Auto-Attack! Und einen Assist rausgeholt. Mach doch die Tower! Du bist dabei! Und keinen Assist rausgeholt. Ja, aber alle anderen nicht! Hä, ich hab die Tower angegriffen. Ich hab mir noch geflüchtet. Na ja, was sagen sie jetzt alle? Na klar! Nein! Okay, ich hab keinen Mana mehr. Wow. Baut mir immer noch nicht gesto- Alter! Über 3! Black Dolph! Nein! Von Minions! OP! Treff jetzt! Bro, wer schneller setzt du? Nein! Boah, Marcel, dein Damage ist Avison. Auf! Das Fettschwein ist da! Du bist scheiße! Fettschwein ist in der Hood. Boah, ich schwöre, ich hab da voll Bock reinzu- Ulti kommt! Auf Kassa! Auf Weiger! Auf Kassa! Auf Weiger! Auf Kassa! Auf Weiger! Auf Kassa! Auf Kassa! Auf Kassa! Mach das halt, ist so echt, Alter! Nee, nee, darum ist das nicht! Du bist viel zu cool dafür! Versaut er mir noch den Lars, bitte! Ja, komm! Versaut er noch mehr Lars, bitte! Das Ulti! Ja, genau! Soll ich die Schweine, Alter! Das war mein Kill! Soll ich die Diven, ne? Soll ich die Diven, ne? Soll ich die Diven? Fettschwein ist da! In 20 Sekunden dive, bitte! Da hab ich mein... Wer denkt? Macht Master da! Master? Du bist tot! So'n Trottel! Ja, komm, mach den Tower-Awehren testen dann! Soll! Okay, wollen die mich nicht killen? Können sie gar nicht! Das ist mein Kill, Master! Wirst du noch... Nein! Nein! Danke, bis ans Ende der Welt! Fuck yeah! Du hast mit dem... Quadra... Äh, dem Penta gestealt! Ich hab Double Kill! Hallo Master, die hat uns einbekommen! Von nachher... Nee, ich hab die zwei bekommen! Und du hast drei bekommen! Du hast ein Triple und nicht ein Double Kick gemacht! Das heißt, du hast mir den Penta geklaut! Es ist nicht so, dass ich dir den Penta geklaut habe! Schon wieder! Jetzt hast du mir den... Den 6-Fach-Kick geklaut! Du kannst gar nicht... Oh nein! Hilf mir! Nein! Hilf mir! Hilf ihm nicht! Lass ihn derben! Derben! Ich halte ihn von euch an! Ich bin echt zu nett! Leck mir den Marsch! Aber... Nee! Lass mir das Hintere! Boom! Nee! Alter, das gibt mir gar kein Movement, ne? Das ist nämlich... Wow! Das war die beste... 4-Ulti... Ever! Ja, lasst doch die Creeps die nächsten im Master! Kann euch hochhalten! Ja, auf jeden Fall, weil das auch nur noch zum Viertel hält! Erzeugen wir mit... LOL! Oh, ich dachte... Ja, über 3! Hier ist noch ein Garen drin! Links ist ein Garen noch drin! Da! Ja, ich! LOL! Fuck, my life! Da kam... Da kam die Ultra draus! Aua! Da war ein dunkler Komet vorbei, Alter! Jace macht so einen Damage, Mann! Was ist denn da rauf? Alter, wollt ihr mich natt tun? Und life is tot! GG! LOL! Life is tot! Niiiil! Er kann nicht dodgen, der Junge! Er kann nicht dodgen! Jedes Mal! Weißt du noch mit Niederley gestern? Geht denn schwergefressen, Alter! Ja! Tim, ist eigentlich im Raum? Keine Ahnung! Ja! Und dann so ungefähr seinen 3 Tanksten... Boom! Ja, ich hab'n Kill bekommen! Leute, da bin ich ja noch gar nicht! Ich dachte... Ja, ich werd'n keine Kill bekommen! Oh mein, kackig heiß aber! Ich?! Ich?! Nein! Ich hoffe, Spider! Da, ich will'n Assist haben! Unfair! Nein! Boah! Stun! Stun ihn! Geht nicht! Geht geht! Ich hab'n Lächerlich erwartet, wenn ihr die Damage rausgehauen habt! Dämlich, ne? Warum kriegst du jeden Kill? Wer, wer? Spider? Uuh! Nein, du, Dark! Ja, du! Ich find'n Spider kriegt irgendwie mehr Kills! Ich find'n Spider kriegt irgendwie mehr Kills! Wow, nein, wow! Wow, wow! Damage einstecken. Wer kickt den Garen? Aha, scheiße. Killing me! Alter! Alter! Alter, krieg dich. Ich bin die Hexe der Verdammnis! Lass mir mal die Queeps, lass mir mal die Queeps! Warte, 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 jetzt, der Kassadin wird gesniped! Äh, du weißt schon, dass der, dass der Heel hat. Ach, komm schon! Ich hab' geh'n! Ein zweiter! Irgendwo ist der Kassadin noch. I don't know wer, da hinten ist er. Guck mal, das ist ein Naiger. Naiger-Ding. Fangs! Tötet ihn! Wuhu! Wuhu! Ich schwör' ich wieder rein. Ich schwör' ich nicht. Wow, das Master! Hansen! Na Timber? Agree! Oh, fuck! Na Timber? Boa, komm, fickt euch! Ah, genau. Du bist so'n Schwein, Timber! Ja! Der Weigerlebt, oh mein Gott! Warte, ich muss Mana holen. Haut ab, Redog. Ja, ich muss Mana holen. Ist das eine Lüge, dass ich abhaue? Okay, go go go. Beta! Jaa, genau! Mit null Mana! Go go! Beta! Beta, ja, ja. Guck mal, da ist einer. Der will- der will stun. Der will stun. Der will mich silenzen. Ach Quatsch. Wird er nie tun, würde er nie tun. Schulische Schuhe, Kassadin Das wird auch mal eins Hab ich noch nicht gesehen Oh, sehr nett, Alter Richtig nett Wein kommt wieder, aufpassen Wein Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum Knifeless genauso viel Leben hat wie ich Obwohl er ein Giantsgeld weniger hat Bitte nicht ich, bitte nicht ich Entspielt er? Fuck mein Alter Gönn dir Knife, gönn dir Kein Panther Eben Klapp mal Gogo Oh Gott Rene, ich slow ihn Kann ich auch Nein Unglaublich, unglaublich Huiiii Huiiii Ähm, ein großes Meiner Ähm, Biker lebt Und Garret, ne Ich push Huiiii Alle gestimt, lol Ich bin fast tot Du bist tot Ne, du bist fast tot Weg 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 Du bist tot Wusste es gar nicht Fuck Mama Wann 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 Ich bin sie mit meiner Spur Jetzt fehlt noch ein Sunfire 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 Also Neifest hast du viel Equipment waren Total bad, ne? Sunfire Ja, wie schönweilig Höllenzepter Und noch irgendwas Toll Da hat Burst Da war ich weg Schade aber auch Gut Ich bin tot Brand killen mehr müsste ich nicht machen Habt ihr gewonnen Ne, 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 nein Geh ihn doch Alter aper какие Ja ok, er hat. Er hat aber auch 170 Lustungen Ach Mann, ne Mae, alter Schon wieder hart an Boah, ey Ich stell mich in die Erkundenstelle Naiv, Alter. Gibt's nicht. Da geht's am besten noch ein Last Whisperer und dann ist alles okay. Nach dem Wegsieber. Hier ist woanders. Ey, warte, erst kaufe ich mir eine Träne. Ja, du musst von meinem Schwein Spaß haben. Jetzt wird die Träne gesteckt. Warte, gleich krieg ich schon mal 4 Mana. Warte, wo kriegen wir hin? Wo kriegen wir die 4 Mana her? Äh, du kannst... Warte, warte, warte. Kannst einfach deinen Coup anlassen die ganze Zeit. Das ist... BOOOOOMM! BOMM! Den Jays, Mann! Den Jays getroffen! Alter, will ich mich damage machen? Dabei hat der Weiger nur 257 AP. Wow! Ihr habt nichts gesehen. Ja, ja, ja. Das war keine Ult, die gar nichts getroffen hat. Ach so scheiße war das ein Heiliger. Krieg dich Mann Alter! Du kleiner Nub. Alter... Schiff die doch an! Schiff die doch an! Der EF! Das kriegt dein Penta. Wieder nicht. Soll, das kriegt. Los, das Schiff. Ah, der Chuchani ist wieder in der Hood. Ich hätte Chuchani? Ich wusste, dass man mit dem Chuchani das Rand stürmt, dass man damit die Anivia Wall durchbrechen kann. Damit kannst du auch diesen komischen Stern von Trundle zerstören. Kannst du den Kassadin stunnen, wenn er gleich zu mir kommt? Ja. Ist doch nicht der Kassadin, aber gut. Das ist fast dasselbe. Hinter mir ist ein Garen. Ist mir tot. Garen? Ich bin schon wieder tot. Das ist ein scheiß Garen. Der saunt euch aus. Das ist richtig. Alter, ich damage die. Das ist lächelig. Die hat mir 800 damage gemacht. Leute, ich habe mir jetzt eine zweite Rabadons geholt. Guck mal, das ist ein Kassadin. Das ist so ein Trottel. LOL! War schön in die Leute rein. Jawohl, das ist nice. Nice. Nice Cold Rust hier. Das ist so lächerlich. Ihr kennt das doch, wenn man in den recommended items dieses Item kauft, dann ist doch da oben so ein Haken, ne? Ich habe jetzt zwei Rabadons und der Haken ist nicht da. Mhm. Aha. Nein, vielleicht sollst du auch so pushen, Mann. Geht's dir noch gut. Push doch nicht. Lass mich in Ruhe. Alter, was war da für Damage, Mann? Nein. Es ist ne Kyle. Das ist ne Kyle. Kyle ist einer der besten Champions zur Zeit. Ach, gedodged. Der ist broken like Hull. Like Hullet. Ich komme mit meiner Ulti. Bitte nicht ich. Fuck you. Nicht mehr tot. I'm dead. Ne, bist du. Ja, bist du. Charon ist okay. Sorry. Oh, fett Schwein ist da. Ja, wenn er jetzt noch ein bisschen Magieresistenz hätte, ein bisschen mehr. Ich mache Ende. Nein! Was? Was ist so langweilig, wenn du jetzt Ende machst? Wir haben schließlich auch kein Ende gemacht. Außerdem möchte ich meinen Arrow ballern. Der kommt doch immer so schön ballistisch. Ballistisch. So, so. Gemaked. Gemaked? Die Minions benden gerade. Also, von daher. Nimm's weg! Nimm es weg. Gut. Wie gesagt, Minions benden gerade. Damit er... Beendet es, beendet es! Beendet es! Da kommt der Arrow, der Arrow. Kommt der noch? Nuuuuuuuuuuu Er hättest vielleicht nen Kill GG Aber nur vielleicht